Hallo, ich bin Sascha Hamann. Ich arbeite beim VAR als Fachinformatiker und bin für die Daten- und Systempflege zuständig. Nachdem ich morgens zur Arbeit gekommen bin, werden die Systeme überprüft und was in der Nacht vorgefallen ist und wir in der IT sind dafür da, dass dementsprechend der Laden dann auch läuft. Am meisten Spaß ist, wenn morgens die Systeme laufen und man in den Tag hinein starten kann und dementsprechend erfolgreich weitermachen kann. Als IT arbeiten wir mit allen Abteilungen zusammen. Das heißt, wir sind eine Schnittstelle und haben die Kommunikation zu jeder Fachgruppe von Zimmerhaus. Zurzeit haben wir an dem Projekt der neuen Homepage gearbeitet, zum Beispiel da auch unsere elektronische Fachplan- und Auskunft mit einzubinden. Beim VAR erlebe ich täglich abwirkungsreiche und vielfältige Arbeiten. Ich habe die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten, um mich dabei persönlich weiterzuentwickeln. Wir nehmen das!